Was ist denn jetzt los? Jetzt darf ich das alles runterlaufen. So, hier mal die U-Bahn-Station Schadowstraße. Wie man sieht, sind die Stationen wirklich schick geworden. So ein bisschen wie Überseequartier in Hamburg und Hafencity-Universität. Die Reutreppen sind leider kaputt. Aber, naja, das ist schade. Aber das ist schön. Sie haben in jeder Haltestelle Desinfektionsmittel. Das finde ich echt gut. Das sollte man auch in Hamburg mal überlegen. Ob man nicht in den Stationen Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt. So, jetzt sind wir hier. So, das sind jetzt die Linien. Ja, so sieht das aus. Hier sind die Sitze. So, wir fahren jetzt hier. Wir fahren jetzt hier im Untergrund. Und auch hier sieht man wieder die schönen Stationen. Also, man hat sich wirklich Mühe gegeben, die Stationen hier ansprechend zu gestalten. Das ist nicht zu übersehen. Das ist wirklich nicht zu übersehen. Und hier der Gegenzug. Und hier kommen wir wieder ans Tageslicht. Wir fahren, es war gut. Wir fahren, es war gut. So, und hier sind wir wieder draußen. Und jetzt fahre ich mal bis zur Haltestelle Ulan Straße. Und, äh... So, hier sind wir schon. So, und nun... So, jetzt werde ich mal sehen, dass... Hier sieht man es schön. Da hinten ist dann die Straßenbahnhaltestellenanzeige. So, jetzt... So, jetzt... So, und... So, dann sieht man das jetzt. Hier fährt jetzt... Hier fährt jetzt die U71. Da ist sie. Da ist sie. Und mit der werde ich jetzt durchfahren, bis zum Rater S-Bahnhof. So, jetzt... So, jetzt...